Ja hallo ihr Lieben, mein Name ist Christian Hemmschmeyer. Ich hatte den Rapport, aber habe auch jahrelang als Teambilder gearbeitet, also Outdoor Teambilder mit hunderten Unternehmen. Nicht unbedingt Survival, hat sich manchmal so angefühlt. Wir haben Wildbrücken gebaut, sorry, die Kamera fokussiert manchmal nicht so richtig, ich muss mir was Neues mal überlegen, aber gut, kommen wir schon jetzt hier mit zurecht. Wildbrücken gebaut, urbane Abenteuer, klettern, segeln, was weiß ich. Viele Sachen überlebt, aber sicherlich nicht Survival, das kann man jetzt auf gar keinen Fall sagen. Und genau, es wird jetzt viele Spoiler geben, also wenn du es noch nicht geguckt hast, bis Folge 4, guck es lieber erst mal an, auf Amazon Free. Ich rede hier so gerne über die Gruppendynamik und was ich da sehe. Kannst dir auch meine Folgen vorher schon mal angucken. Ich weiß, es gibt in den Kommentaren, gibt es immer viele, ja, Mansplainer oder ich weiß nicht was. Also ja, wenn ihr mal eine andere Meinung habt, schreibt es gern rein, aber immer genau im ruhigen Ton. Da sind wir auch alle happy hier, denke ich. Und ja, was passiert in der vierten Staffel? Also die Gruppe funktioniert erstaunlich gut. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass so richtig Probleme tauchen oft aus, so ab Tag drei. Den haben wir noch nicht. Also ob das jetzt passieren wird oder nicht, weiß ich natürlich auch nicht, aber häufig brechen da Gruppenkonflikte auf oder so spätestens ab dem vierten Tag. Wenn es denn welche gibt, vielleicht gibt es ja auch keine. Und wir haben natürlich ja auch, ich will jetzt nicht sagen Stockholm-Syndrom, aber je mehr Bedrohungslage ist, umso mehr rauft man sich natürlich zusammen und schadet sich auch hinter jemanden, den man jetzt so als Führer erst mal so akzeptiert. Und der Joe Kelly ist, ist doch Joe, ne? Joe Kelly, glaube ich. Nee, Joe Vogel. Sorry, der Joe Vogel leitet das. Unangefochten, kann man glaube ich so sagen. Und mich würde da persönlich extrem antriggern, weil es ist ja so, das sagt auch der Stefan Hinkelmann da irgendwann, also schau mal, wie so ein Mansplainer vorm Herrn irgendwie. Kann ich mir auch vorstellen. Aber natürlich, wenn man einfach so überleben will, guckt man natürlich mal vieles hinweg. Könnte ich mir vorstellen. Ist einfach froh. Und er liefert ja auch irgendwo ab. Das muss man, also je mehr du ablieferst in einer Situation, umso mehr kannst du dir auch Sachen leisten. Weil ja, da, ja klar, das sind das nicht alles Experten, aber die sehen, es geht weiter. Das Flugzeug wird weiter ausgebaut. Das Feuer brennt. Es geht irgendwie weiter. Es gibt irgendwie Optionen. Und ja, das wird erstmal, das wird auch alles so, denke ich, ganz gut akzeptiert erstmal so, ne. Insofern, ja, ist er jetzt, hat er seine Position quasi ausgebaut. Könnte man so sagen, der Einzige, der da so gegen anrennt, und das darf er ja auch, also die müssen ja nicht als Gruppe zusammenarbeiten, ist der Stefan halt. Und der sagt, hey, ich finde den Ort nicht gut. Was ich, ich kann diese Gedanken verstehen, weil das ist dann so eine ausgesetzte kleine Erhöhung, wo das Flugzeug ist. Und auch die zweite Nacht war absoluter Horror. Die haben da echt gelitten. Also die haben da im Flugzeug, wenn ich das so richtig verstanden habe, da auf Stahl gelegen irgendwie. Also ja, das ist natürlich auch von unten kalt. Also ich fand das super heftig. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mich einfach mal so wunder, sag ich mal, jetzt so ganz außerhalb der Gruppe. Wie gesagt, ich habe, es war ja so meine Firma, ich habe, und die gibt es auch noch, ich habe das immer wieder, ich habe das ja geleitet, diese Outdoor-Team-Buildings. Und das, das, wo wir uns natürlich die meiste Zeit darüber Gedanken gemacht haben, ist Sicherheit, ne. Du hast irgendwie 25, gefühlt 25 Versicherungen und alles wird überdacht und lieber noch eine Sicherung, noch eine Sicherung. Also diese, dass natürlich Sachen dürfen vielleicht irgendwie gefährlich wirken, aber sie dürfen nicht gefährlich sein, weil man will ja auch niemand verletzen. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, sag ich mal, im Rahmen von so einer Amazon-Produktion ja irgendwo auch oder wie auch immer das produziert, dass ich das echt, ich fand es ein bisschen grenzwertig so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, klar, wenn man jetzt so selber in den Wald geht und läuft irgendwie rum und filmt sich, ist ja eine andere Sache, aber die werden ja auch irgendwo eingeladen, dieses Programm, also mit mehr oder weniger Training, Erfahrung. Und also ich, ich habe wirklich gestaunt, weil, wie die morgens aufgewacht sind, die wirken ja so hier, die Julia, ne, die Selfie Sandra, sagte, boah, ich habe, glaube ich habe Fieber. Also die sahen ja auch richtig schlecht aus, dann gibt es ja auch nichts zu essen da. Und der Let's Hugo war ja, also er war ja komplett durch. Also ich kann sich, wie gesagt, ich finde die Leisten unglaublich ist da, also wenn da einer, der hat ja auch eine unterschiedliche Physiologie und, oder also Fitness vielleicht auch und auch die Psyche. Ich habe das Gefühl, bei dem Let's Hugo, was ich total verstehen kann, das sind alles, das ist auch, der ist jetzt, hat nicht 75 Jahre Lebenserfahrung, was weiß ich, der spielt vielleicht die Psyche auch nicht. Vielleicht kriegt man auch Heimweh oder, konnte ich mir auch vorstellen, also dieses, das ist einfach, das ist einfach zu viel, ich habe mir da zu viel zugemutet, was mache ich ja eigentlich. Und trotzdem wirklich Hut ab da, vor allen, wie sie sich da durchschlagen, Wahnsinn. Aber da dachte ich, also bei der Nacht dachte ich schon, boah ey, also ich, also wenn ich verantwortlich wäre für sowas, also wir hatten auch so Team-Building-Situationen, wo wir, ich sehe die noch heute vor mir vor, wo man sich so eine Sache anguckt, die man gebaut hat und man so denkt, hm, haben wir es auch wirklich an alles, also es ist nie irgendwas groß, also eigentlich ist nie irgendwas passiert, aber es ist wirklich alles sicher, haben wir wirklich genug Sicherung und es fallen einem natürlich im Nachhinein auch immer Sachen ein, die man vielleicht noch hätte besser machen können und ich, also wir haben so verrückte, ich weiß mal, einmal hatten wir so ein Team-Building mit Hammer-Geländewagen als Hammer noch ernsthaft als Team-Building machen konnte, neben so einem Zentrum, die irgendwelche Sachen in die Luft gejagt haben, ohne Scheiß, da waren so Bombensprengungen irgendwie und ich will euch gar nicht erzählen, was da alles passiert ist, aber man kann ja auch nicht immer alles planen, so ne, also da stehen dann manchmal die Haare zu Berge und das heißt, man denkt eigentlich nur darüber nach, über die Sicherheit und da dachte ich so, boah, ich finde das, also man hätte es ja auch nicht, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, muss das so in der Kälte stattfinden und ist das natürlich auch wieder, also ich persönlich wünsche mir als Zuschauer, ich habe die Folgen, also die Schaffeln vorher auch geguckt, dass die Leute sich mal irgendwo hinbewegen, dass man also die Gegend erkundet wird irgendwie und das war ja auf diesen Inseln oder wo die da war oder war das ja auch teilweise von der Vegetation gar nicht so groß möglich, dass sie sich jetzt so groß bewegt haben, also manche schon, aber hier ist auch wieder so, ja, das ist jetzt, man kann man sich wegen der Kälte gar nicht so richtig bewegen, weil man gar nicht weiß, wo soll man denn sonst schlafen und so viel Kraft verbrauchen wir mal auch nicht und das wurde ja dann noch krasser als hier Let's Hugo und ich glaube Flying Uwe hier, als sie so einen Werkzeugkasten bergen sollten und dann, ja, geht man den Fluss 600 Meter berghoch und dann ist da natürlich kein Weg und es ist super steil und und da habe ich erst mal, also da hätte ich jetzt so als Kritik, sage ich mal, habe ich so gelernt, also mit meiner, selbst in meiner Nicht-Auto-Ausbildung habe ich gelernt, du lässt deinen Partner nie alleine so und dann sind die auf einmal, gehen die die sind bachhoch, nur irgendwie 600 Meter und sind auf einmal getrennt, so und der eine, der eine weiß nicht mehr, wo der andere ist, weil jetzt Hugo legt sich einfach hin, kann nicht mehr, Flying Uwe geht weiter, da kann natürlich sonst was passiert sein und du gehst einfach weiter und da habe ich ein bisschen gestaunen, sage ich mal, gehst einfach weiter, holst den Koffer und denkst sich, ja, keine Ahnung, wo ist den Hugo, wie gesagt, die haben, die haben, ich muss mir mal wieder sagen, die haben natürlich auch keine Verpflichtungen aufeinander zu gucken, aber das, das sind ja nicht alles so Sachen, hätte man sich vielleicht auch mal als Gruppe hinsetzen können und mal überlegen, so geben wir uns ein paar Regeln, das hatte ich ja schon vorher mal gesagt, was hätten wir besser machen können, das natürlich ist man hinterher immer schlauer, aber ja, sich mal hinsetzen, ein Forum geben, wo man sich austauschen kann, das haben wir bei Teams immer installiert, eigentlich irgendwie so eine blitzlich, nennt man das ja, so eine blitzlich Kultur, also so eine kurze Abfrage, wo stehen wir gerade, wo geht es uns, weil damit hältst du die Leute auch in der Gruppe, dass sie nicht so rausziehen, so, ne, und bei dieser Tour sind die drei, glaube ich, weiß nicht, zusammengezählt, glaube ich, viermal hingefahren, wo ich jedes Mal dachte, ey, auf diesen Stein, du kannst ja, kannst ja sonst was brechen dabei, so, ne, und dann war eine Stelle, wo der Zuge gar nicht mehr weiterkam und mitten im Bach stand und ich dachte so, was, was, also, also erstmal, wie gesagt, war vielleicht nicht die, ähm, aber gut, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer, wäre vielleicht besser gewesen, da zusammenzubleiben und dann dachte ich auch, boah, was, was mutet der Fritz, den da, oder die Produktion, was auch immer, also ich bin erstaunt, was die denen zumuten sollen, also ich bin einfach erstaunt, ne, ich meine, vielleicht ist das alles gut und normal, könnt ihr mal, wie ihr das seht, mal in die Kommentare schreiben, aber, äh, und klar, je, je gefährlicher es ist, umso spannender natürlich, aber, und dann sieht man ja den Fritz, wie er in der Nacht oder am Abend oder in der Nacht, ähm, da die Akkus abholt und, äh, so neue Sachen und so neues, neuen Funkspruch hinterlegt und dann sieht man mal, wie er angezogen ist und wie die Leute angezogen sind, wo ich auch dachte, wieso, weiß ich nicht, ich, äh, ich frage mich auch, vielleicht wisst ihr das, mussten, wussten die vorher, wie kalt es wird, mussten ihre Kleidung selber wählen, was weiß ich, weil man würde ja schon sagen, Mann, ey, wieso, ähm, haben die vielleicht nicht eine Lage mehr, wieso haben die vielleicht nicht eine Gesichtsmaske und, also ich finde es schon, ähm, echt krass, ich finde es echt krass, muss ich euch sagen, aber gut, wie die sich dann, äh, gegenseitig, ähm, unterstützt haben, ähm, also, ähm, erst war das die, die, Julia hat den Hugo getröstet, fand ich total cool, fand ich auch interessant, wie das heute so ist, heute sagt man, also früher hat man, glaube ich, immer gesagt, als ich so in dem Alter war, so, komm, durchziehen, zusammenbeißen, heute ist, äh, ist so viel mehr, du, du musst das auch nicht durchhalten und kannst jetzt auch aufhören und, äh, ist halt eine andere Zeit, ne, aber er hat das eigentlich super gemacht und auch der, also abgesehen davon, dass er eben, aber das war natürlich, da habe ich drüber nachgedacht, dass der Flying Uwe, äh, der Zuge mal kurz aus dem Blick gelassen hat, äh, hat den auch mega aufgebaut, fand ich ganz toll, wie er dann wieder ins Drück gekriegt hat, ins Lager, also das muss ich wirklich sagen und, ja, äh, wie gesagt, der Einzige, der sich dann komplett rausgezogen hat, war der Stefan, das muss man nicht auch sagen, auch Außenseiter, der ist jetzt definitiv ein Außenseiter, sind wichtig für eine Gruppe, weil, also bisher, ähm, hatten wir das Gefühl, er trägt nichts bei, weder, äh, sammelt er Holz, äh, dann ist er immer dieses ominöse Feuerbohren, äh, was er dann auch, ähm, ja, man ist ja auch überhaupt ganz total geile Bilder, muss ich echt sagen, ich frage mich immer, wie die diese Drohnenaufnahmen machen, die wirken ja aktuell, die Drohnenaufnahmen lassen, die ja Drohnen drüber fliegen, das hätte ich mich nochmal gefragt, aber vielleicht wisst ihr das, ähm, also, der Stefan geht da seine eigenen Wege und, naja, sagen wir mal, wie es ist, dieses, äh, Feuerbohren, diese ominöse, irgendjemand ist da scheinbar ja auch ein Meister oder, äh, weiß ich nicht und vielleicht ist das Holz nicht ausgerichtet, weil es ist so feucht, ich habe keine Ahnung, auf wie mal funktioniert es nicht, was letzten Endes dazu führt, ja, dass er den ganzen Tag, ähm, ja, sich die Gegend anguckt, das ausprobiert, jetzt, aber es hätte natürlich auch sein können, dass irgendwas von den Sachen funktioniert hätte, es hätte sein können, dass er irgendwas findet, es hätte sein können, dass er, dass das Feuerbohren funktioniert, es hätte sein können, dass er einen coolen neuen Lagerplatz findet, deswegen, ähm, eine Gruppe kann sich durchaus so ein, zwei Außenseiter, äh, leisten, die dann vielleicht auch irgendwas einbringen, wo die Gruppe da nicht drauf kommt, nur da muss es natürlich auch eine Offenheit für geben und, ähm, und auch einen Rahmen, wo man das dann sagen kann, so, ne, ist dann ganz interessant, da kommt er irgendwann zurück zur Gruppe, äh, redet dann mit den, Joe Kelly und der sagt hier mir dann ganz klar, was ich auch nachvollziehbar finde und auch, äh, irgendwo auch ein stimmiges Feedback ist, der sagt hier, pass mal auf, du ziehst dich ja raus aus der Gruppe, das kommt, natürlich kommt das auch nicht gut an, wenn du dann den ganzen Tag nicht mitgemacht hast und dann abends partizipierst du wieder in der Gruppe und ich finde eigentlich ganz gut, was er gesagt hat, er sagt dann, also entweder macht er bei uns mit oder macht er ein eigenes Ding, aber mach hier nicht so ein, ähm, so ein, mal dies und mal das und was man auch klar sagen muss, er sagt dann, ich glaube, der Lagerplatz da hinten ist besser, also ich finde es immer noch, weiß es nicht, ich, äh, wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber ich denke mir immer noch, es kann sein, es ist der beste, also das, wie gesagt, das kann nur die Gruppe rauskriegen, meiner Ansicht nach, es kann sein, dass es der beste Platz ist im Flugzeug, dass man den ausbaut, insbesondere, wenn es mal schneiden sollte, haben die auch was über dem Kopf, kann aber auch sein, dass es da im Wald, wo es ja scheinbar fünf Grad wärmer ist, weil die frieren sich ja echt einen Arsch ab da nachts, kann auch sein, dass es, äh, wenn man einen weiten Lager bauen würde, dass es besser wäre, nur scheinbar sind diese Flugzeugteile ja auch so schwer, dass man die nicht schleppen kann und ist schon, äh, schwierige Frage, aber, ähm, so wie das, läuft jetzt, fragt man sich natürlich schon, wie das 14 Tage, also ich, das kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch nur die Hälfte da 14 Tage durchhält, also muss ja, ist ja auch interessant, wenn jemand mal ausscheidet so, aber das ist ja derartig fordernd und das ist ja auch überhaupt, das finde ich auch ein bisschen krass, muss ich sagen, ist überhaupt nicht absehbar, nee, außer die haben jetzt einen Angelhaken bekommen, ja, okay, vielleicht kannst du sie angeln, aber sonst ist es, bisher ist es, bisher ist es überhaupt nicht ersichtlich, wie die Nahrung zu sich nehmen soll und das bei der Kälte, ne, also ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich, ich kenne immer so die Devise, man macht es, ähm, subjektiv, so unsicher, wie es geht, aber objektiv, objektiv soll es trotzdem sicher sein und natürlich ist das immer ein Abwägen, aber ich, also da ist natürlich, also da haben die natürlich jetzt den Regler nochmal richtig aufgedreht von den Folgen vorher, dass, die waren ja gefühlt, ähm, ja, da war es zumindest immer warm und, und, äh, hatten zumindest Kokosnüsse und was weiß ich, also das war schon irgendwie, dafür haben wir jetzt die Gruppendynamik, also ich finde es super spannend, also ich finde es eigentlich die spannendste Folge, wie gesagt, also so, als, als wenn ich das so aus so einem, ähm, aus so einem Blickwinkel sehen würde, den der Fritz vielleicht hat, würde ich so, würde ich, man kann das ja auch gar nicht kontrollieren, also wir konnten ja immer noch sehen, okay, was, was, was machen die Teilnehmer jetzt, greifen wir da irgendwo ein, die können ja auch nicht eingreifen, also können schon, aber die brauchen, also sie aber nicht, nicht in, in Echtzeit und, ja, ist schon, sagen wir mal positiv, ist schon eine hohe Anforderung, an Selbstverantwortung, sag ich mal, ne, und ja, wie gesagt, aber wirklich, äh, Kudos an die Gruppe, ähm, wie die jetzt, äh, ich meine, das waren jetzt nur 48 Stunden, Anführungsstrichen, äh, aber die hatten es ja absolut in sich und bis hierhin, äh, haben die echt, ähm, muss ich echt sagen, haben sich, äh, richtig gut durchgehalten, ne, aber man hat natürlich irgendwie das Gefühl, also selbst der, äh, Let's Who hat sich berappelt, die Julia hat sich berappelt, die war ja auch kurz so vor mich, äh, äh, ne, die, die Selfie Sandra, ich bin krank, äh, auch die Julia, aber eigentlich auch, also die drei, ähm, natürlich echt am Kämpfen, aber auch so der, ähm, Joe Kelly, der ist ja auch, äh, denke ich mal, über 50 deutlich, echt Respekt, also da so eine Sache mitzumachen, ey, Holla die Waldfee, na, eins, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, ist, äh, Flying Uwe, aber der, äh, fühlt sich da wirklich so völlig, das ist eigentlich so ein super Gruppenmitglied, wenn man sich das wünschen würde, fühlt sich da, na gut, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, aber fühlt sich nahtlos ein, äh, äh, versucht die anderen zu unterstützen, äh, klar, keiner macht immer alles richtig, und, aber ist schon, ähm, ja, schon cool, ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, äh, lass mir gerne ein Like da, wenn du neu hier bist, guck dir gerne meinen Kanal mal an, äh, hat ja doch einiges an Abonnenten gebracht, hier die, ähm, Sachen bisher, ähm, für meinen ansonstigen Zuschauer, ich verlose auch, wenn wir auf 50.000 Abonnenten kommen, bis Jahresende, verlose ich, äh, 50 Glückskurse, ähm, mach also, weil man lasst gerne ein Abo da, und, und unterstützt das gerne, und, ähm, ja, und signalisiert mir gerne, ob ihr da mehr von haben wollt, als was ich sonst hier mache, aber, äh, ja, ist eigentlich auch das, was ich jahrelang gemacht habe, ne, also nicht genau das, aber, nicht so weit weg eigentlich, sehr interessant, und wir sehen uns bald wieder, tschau lieben. und wir sehen uns bald wieder, und wir sehen uns bald wieder, und wir sehen uns bald wieder, und wir sehen uns bald wieder,